Ja heute tolle Gäste im Studio, nämlich der einem breiten Publikum in Österreich noch als Dancing-Star Jura bekannt, Tänzer, Choreograf Dirk Heidemann und die Schmuckdesignerin der Stars, so darf ich dich nennen, Gabriele Jazzetta. Freut mich sehr, dass ihr da seid. Dein Schmuck ist nicht nur schön, sondern auch wirksam. Du arbeitest mit Heilsteinen, richtig? Ich arbeite mit Heilsteinen, aber auch mit Energie der Worten. Das hat uns Masaru Motto schon vor 20 Jahren gezeigt, Wasserkristallfotografie. Wenn man Wasser bespricht oder so, wir bestehen ja auch zum Großteil aus Wasser und in der Bibel steht, am Anfang war das Wort. Also auch Worte haben uns ja zu den Menschen gemacht, die wir heute sind, geprägt. Also deswegen arbeite ich auch immer, wenn Worte, die direkt auf der Haut aufliegen. Also ich trage zum Beispiel eine Kette, da steht auf der Rückseite, Geld will unbedingt zu mir. Das steht ja drauf und es kommt dann, ja. Naja, es gibt auch diese Motivationstrainer, die sagen, man muss die Thymusdrüse klopfen und einen positiven Satz sagen und dann geht das in unseren Zellkörper über und jetzt klopft das ununterbrochen in meinen Zellkörper hinein. Und es wirkt. Es wirkt, ja. Es klopft. Ich höre hier nichts klopfen. Du musst die Kette für Reichtum tragen. Du musst die Kette tragen. Geld will unbedingt zu mir. Sprechen wir mal drüber, ja. Dancing Stars läuft aktuell. Geht schon ein bisschen so in Richtung Finale. Verfolgst du es noch? Nein. Gar nicht? Nein. Also ich habe das, weißt du, ich habe das am Anfang verfolgt wegen Martina Reuter. Weil ich habe ihr auch ein bisschen Tipps gegeben und so. Und das war mir schon wichtig. Und ich weiß, dass sie auch sehr die Sendung liebte und da sich, also war ganz Feuer und Flammen für die Sendung. Und dann habe ich mir die erste Sendung angesehen und dann habe ich mir gedacht, nee. Nee. Also das ist nicht die Sendung, so wie ich das kenne. Miriam Weichselborn, ja, die ich wundervoll finde. Und Miriam Weichselborn wirkt für mich wie eine Lichtgestalt der Internationalität und des guten Geschmacks in einem Fiasko des schlechten Geschmacks. Jetzt durch die, auch der Garderobe, also der Kostübels. Jetzt wo ich das gesehen habe, die erste, zwei, dritte Sendung irgendwie so, denn nur noch so durchgescrollt habe mit meinem VPN-Dings, damit ich ORF reinkriege und gewechselt habe von ORF nach ZDF oder von ZDF nach ORF, Quatsch, RTL nach ORF, ja, gewechselt habe. Das war mir wirklich so wie in 70er, 80er Jahren, wo die großen Abendshows waren, als wenn ich vom Westfernsehen ins Fernsehen der DDR wechsle. Ja, also es war wirklich vom Niveau her, von den Klamotten, von der Garderobe generell. Auch die Interaktion zwischen den Johann, Tänzern auch, ja. Wobei ich sagen muss, dass keiner sagt, ich will die Tänzer schlecht machen und dass auch keiner sagt, ich mecke jetzt über die Sendung, weil ich nicht mehr dabei bin, weil ich sehe mich da überhaupt nicht mehr. Ja, die Tänzer, besonders der Danilo Capisi oder der Dimitar Stefanin oder der Florian Czajda, das sind wirklich sehr gute Tänzer, die da ihren Job gut machen, ja. Aber bei uns war es damals bei, um das jetzt mal abzuschließen, dieses Thema, ja, weil das war, alle, viele Leute denken, das war ein Highlight, das größte Highlight meines Lebens, Ex-Tänzer. Ich habe so viel, ich habe in Kanada ein ganzes Tanzturnier auf dem Sportfernsehen moderiert in Englisch. Das ist ein Highlight. Ich habe ein Musical in China gemacht. Das ist ein Highlight meines Lebens, aber doch nicht Dancing Stars. Also liebe Leute, ich liebe Österreich sehr, ich liebe Wien. Ich habe hier, ich habe Dagmar Koller kennengelernt. Das war ein Highlight. Da danke ich dem ORF sehr für, dass ich das durfte. Aber wie sie uns rausgenommen haben, nämlich, dass sie uns noch nicht mal angerufen haben. Nicole Hansen hat es aus der Presse erfahren. Den Eberhardinger und Klaus haben sie ja gleich schon positiv weggetestet, noch in der Corona-Zeit. Und ich wurde dann, nachdem mein Management 70 mal versucht hat, sie zu erreichen, dann informiert, ja, ich bin auch nicht mehr dabei. Klare Worte von Dirk. Ich fand es respektlos, dass man uns überhaupt nicht informiert hat und wir das quasi aus der Presse erfahren haben. Und finde es einfach auch ohne Anstand. Es ist kein Anstand. Es gibt eben Leute, die finden sich da sehr wichtig. Ich brauche alles. Gesundheit, Liebe, Freunde. Aber ich brauche nicht den ORF. Würdest du selbst mitmachen bei den Sachen? Sehr gerne. Sehr gerne. Na, schau, ja. Würde dir der Schmuck helfen? Gibt es da speziellen Schmuck dann? Ja, sicher. Energieschmuck. Was würdest du? Energieschmuck. Ja, es gibt so richtig starken Energieschmuck, der richtig Power gibt. Was sagen die Leute, wenn sie dich fragen, jetzt passiert mir aber trotzdem das, jetzt passiert mir das und dabei habe ich ja den tollen Schmuck. Was antwortest du denen? Es passiert nichts. Es passiert einfach nicht. Also kann mich an keine Einzige so eine Frage erinnern. Also eine ganz berühmte Dame, die ist ja in Österreich nicht so bekannt, ist die Gabi Köster. Natürlich, ja. Ja, und man kennt sie behangen mit Heilsteinen. Die hat mich ja sogar in ihrem Buch eine Widmung, also eine gedruckte Widmung, dass ihr meine Heilsteine geholfen haben, wieder zurückzufinden. Also eine große Unterstützung waren. Gabi Köster ist nicht die Einzige, die ein Buch geschrieben hat. Ja. Auch du hast ein Buch geschrieben. Auch Manzina Reuter, die hat zwei geschrieben. Ja. Ich habe eins geschrieben. Mit einem sehr passenden Titel. Mit einem Titel, das heißt Tanz aus der Reihe und oft einen Schritt zu weit. Ich wurde angefragt, doch mal mein Leben aufzuschreiben, weil ich wirklich sehr viel erlebt habe, weil ich war ja auf der ganzen Welt unterwegs. Dann eben über mein Leben und auch über mein Outing, über meine homophoben Erlebnisse. Und um ein Outing in einer Zeit, wo das ja, ja, es gab ja den Paragrafen noch, da war das ja noch quasi verboten eigentlich. Ja, Homosexualität war ja da noch nicht so gesellschaftsfähig. Wann war dein Outing? Wann war es in der Zeit? Mein Outing, das war 1978. Da wurde das Metropol, das Metropoltheater in Berlin, ein altes Theater, das wurde renoviert und wie Studio 54 in New York gemacht. Ein Riesendisco. Und da war ich mit einem Freund mit Straßbordchen und Geschminkter, also Bisas und Limmama, also Discozeit, ja. Und dann kam die Berliner Abendschaft von West-Berlin, die Abendsendung. Und die haben natürlich Kamera auf und dann mein Kindermädchen, mein altes Kindermädchen, Tante Röschen, mit der ich, die leider schon verstorben ist, aber mit der ich sehr geliebt habe, weil das meine zweite Mutter war. Meine Eltern haben sehr viel gearbeitet, meine Eltern waren so Wirtschaftswundereltern, die so nach dem Krieg das alles aufgebaut haben. Und Tante Röschen, die hat, meine Mutter hieß Ruth, und die hat das gesehen, die sah mich da geschminkt und dann damals mit diesem Don't touch, watch but don't touch, mit diesem, das war diese Attitude, die man damals hatte, in den Nightclubs, ja. Was auch gut war, dadurch habe ich mich, bin ich nicht an Aids gestorben, ja. Andere waren ja anders drauf, ja. Das war ja auch die Zeit, wo sich die Leute alle infiziert haben, ja. Die sind zwar erst alle Anfang der 80er gestorben, aber die waren alle zu dieser Zeit ja schon infiziert, viele. Ich habe ja meinen ganzen, mein ganzer erster Freundeskreis von, mein gesamter erster Freundeskreis, als ich 18 war, 17, 18, 19, weil die sind alle tot. Und ich habe einen zweiten neuen Freundeskreis aufbauen können, dann Ende der 80er, Anfang 90er, wo es dann so ein bisschen was gab. Jetzt geht's ja, jetzt kann ja jeder HIV-positiv sein. An mir ist der Kelch vorbeigang, Gott sei Dank, weil ich aber auch immer in Beziehungen recht treu war. Ja, also ich war immer treu und war auch sehr vorsichtig, aber... Recht treu oder treu? Recht, du recht treu. Wenn man dann nicht mehr so recht treu war, dann warst du eigentlich schon treu. Also irgendwie. Ah ja. Und ja, und das war schon, darüber spricht heute gar keiner mehr. Unglaublich. Das ist überhaupt kein Thema mehr. Und es sind so viele Leute, wenn Fotos, ich kann dir Fotos zeigen von irgendwelchen Partys oder Diesel-Op-Moden schauen, oder irgendwas in West-Berlin damals oder in London oder so, wo ich mit da drauf bin, mit dem in dem Tod, 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 Tod. Und war groß da als an Aids tatsächlich. Alle, alle, auch Frauen, auch Frauen, weil es gibt ja auch viele bisexuelle Männer und die haben es dann eben da dann auch an Frauen übertragen, ja. Und die Sexualität des Mannes ist eben, auch mal, ich bin ja eingeschlossen, ich bin ja einer, ja, ist eine andere, meistens die einer Frau. Genau. Ein Mann ist ein Jäger. Der will immer. Frauen sind anders. Frauen sind, da gibt es auch welche, die ganz schön heavy drauf sind, die da mal schon nach Disco gerne mal sich da einen reinziehen oder so, ne. Also das gibt es auch. Das ist ja kein, nicht so, dass es nur Männer sind. Aber in der Regel ist es so mit einem Mädchen, so, hier geht man erstmal mal, dann muss ich kennen, geht mal einen trinken und so. Und da geht es nicht gleich zur Sache. Turbulente Zeiten, von denen Dirk da spricht. Aber auch über die heutige Szene hat der gebürtige Berliner so einiges zu sagen. Du kannst ja in Berlin zum Beispiel in der Szene, in der LGBTQ-Szene, besonders in dieser Leder-Szene da, gar nicht mehr ausgeben. Es gibt dort Partys im Laboratory in Berlin, ist neben dem Bergheim, diesem bekannten Tempel da in Berlin. Da musst du deine Klamotten, deine Sachen alle ausziehen, Naked Partys. Alle ausziehen, darfst nur deine Socken und deine Schuhe anbehalten. Allein dieses Bild, wenn ich mich vorstelle, wie ich nackt, nur mit Socken und Schuhen, eine oder was vielleicht auch immer für Schuhen, eine Tanzfläche betrete. Dieses Bild, ich würde da voll lachend schreiend zusammenbrechen. Das machen die, die stehen und ich kenne Leute, die da hingehen, auch in meinem Alter. Da denke ich mir, das kann doch nicht sein. Bitte, wo ist denn hier die Sittenpolizei? Also das geht, es ist ein bisschen Sodom und Gomorra. Ich meine, LGBTQ, ja, Freiheiten, ja, unsere Werte, die wir haben in der freien Welt, ja, für LGBTQ++++, aber bitte mit gutem Geschmack und mit Stil, bitte. Spannende Erzählungen von Dirk, nun aber kurz zurück zu Gabriele, denn auch sie weiß über einige Dinge Bescheid. Zum Beispiel, wie das nun so ist mit der Energie. Man sagt ja, es gibt Energiefelder, also da sind wir auch unbewusst verbunden. Jeder von uns hat ja eine Aura, ein Energiefeld. Das kann man ja auch in Bildern zeigen. Wenn du eine positive Aura hast, dann streichst du das ja auch und der Nachbar, der neben dir ist, wird dadurch auch angesteckt. Und du bist automatisch, ob man es daran glaubt oder nicht, wir sind mit Energiefeldern verbunden. Also ich habe ja auch eine wissenschaftliche Zeitung 16 Jahre gemacht, übers Universum. Und deswegen weiß ich, es gibt Energien, ja, und Energie wird auch nie vergehen, hat ja auch schon Albert Einstein gesagt. Und das ist unsere Entscheidung, mit welcher Energie wir uns verbinden. Ich glaube, das ist ein wunderschönes Schlusswort, dass man wirklich auf sich selber achten soll, achtsam sein, oder? Und ja, mit positiver Energie in den Tag und ins Leben starten sollte. Sehr schön, meine Lieben, herzlichen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön. Ja, wir danken. Ich danke, du dankst, wir beide danken. Das nächste Mal, vielleicht sehen wir dich bei Dancing Stars. Ja, das wäre schön. Vielleicht sehen wir Warners dem TV, da bin ich sicher. Ja, nicht bei Dancing Stars. Eher nicht mehr bei Dancing Stars. Aber Dankeschön, alles Liebe. Dankeschön. Ich danke dir.